ARD Text im Auftrag von Funk 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 hallo langweilig eigentlich müsste wo war der jetzt wurde mir geschossen jangweilig zehnjähriger oder so mal runa peter die gewaltungen denn hier alle neuer cheat code setzt euch einfach auf dem dakatomi drauf und wartet kommt ja alles runter gedonnert regnet einfach so wie lange man gestand ist ja wirklich eine frechheit du gehörst mir mein freund du bist tot darauf kannst du wetten die frage ist wie genau würde ich den jetzt holen das bist du ne du bist das der hätte restocker so kann es eigentlich nur der gewesen sein ja das ist doch sogar das war jetzt so ne situation da siehst du dass die waffe nicht so dass die helbe vom ei ist wenn ich jetzt da mit einer krieg hinziele die falsch gebaut ist oder dass die vom boden ist der war meint bitte special ammo das ist bullshit der typ muss ein götter ping haben natürlich er läuft immer weg aber ich war nicht ich war gerade nicht der einzige der gedacht hat dass das bullshit war oder oder habe ich nur habe ich streamer brille aufgehabt das ist ja jetzt ganz scheiße das ist ja jetzt ganz scheiße nein er hat meinen plan durchschaut was mache ich denn jetzt ich muss nachladen ich muss dem nego challenge drücken er hat gg gesagt mehr als da liegt mir jetzt aber wirklich nicht übrig der kommt der kommt wieder nicht das gulag ding zeug ist dazu die die den schnack 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 Was brah? Der war grad dahinten. Ich hab jetzt vielleicht nicht den idealen Skin für den 1 gegen 1, aber wird schon schief gehen, ne? Das war's.